Es ist eine bezaubernde Reise in die Welt der Fantasie, die garantiert in Erinnerung bleibt. Die Grille und die Ameise, ein Theater zum Mitspielen und Mitlachen im Spielraum Kapfenberg. Es ist wieder ganz ein feines Stück für Kinder ab vier Jahren, wo sozusagen die Ameise und die Grille, die eine ist die fleißige, die andere ist die Lübe, die den ganzen Tag singt und zurbt. Es kommt dann irgendwann einmal der Winter, die Ameise war fleißig am Sammeln das ganze Jahr über, aber die Grille, die hat das sozusagen verabsalmt und dann werden wir heute sehen, was da passiert. Das Kindertheater TipTap bringt eine mitreißende und poetische Inszenierung in Anlehnung an Aesops berühmte Fabel auf die Bühne. Mitsingen, mitspielen, mitlachen, denn Kindern hat es sichtlich gefallen. treescheid. Tайтесь gott! Tschüss. 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 Machtt! Vielen Dank.